Ey Jungs Ja? Video fängt an LAMA SQUAD LAMA SQUAD LAMA SQUAD TEGE Hey ihr Freunde, willkommen zurück zu den Kanal wieder auf dem LAMA SQUAD Kanal und heute finden wir uns in Minecraft und ich bin hier irgendwo unter der Erde Jaja jedenfalls ihr seht da hinten schon den Namen also zumindest so halb aber mit dabei ist JAN Hallo? und ich hab absolut keine Ahnung wo wir hier sind also hier sind einfach instant Zombies und Dorf und Fatou ok, das ist mir hier ein bisschen das ist mir nur mal zu hoch hier Alter Wieso ist das nur mal zu hoch? ich hol ihn schwer und mach kaputt das ist mir eine Nummer zu hoch ich geh erstmal nach Haus und schlaf eine Runde gar kein Bock BAM Junge oh das Haus sieht mir schön aus ui ui so alles hat sich abreagiert hoffe ich warum hast du keinen Skin ich hab nur Skin bei mir Hallo Stevie ja Leute willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft wo die Skinserver nicht laden mit dabei ist König Steve ah mittlerweile Mr. Hochzeit Steve hallo Business Steve nicht Hochzeit was soll das mittlerweile ist er mit dabei ist der Business Steve ne ähm ich hab keine Ahnung wo wir hier sind ich würd sagen das einzige was wir hier im Dorf brauchen sind einfach nur die Dinge und Kartoffeln oder? keine Ahnung ich geh jetzt mal hier in die Schmiede was mal gucken was oh hallo gib das zurück es fängt schon genau so an wie in Fortnite gib mir mein Schwert ne du hast genug Eisen ja das stimmt ja das stimmt hehehehehe tch ich brauch irgendwann Amboss ich muss denen einen Namen geben wem willst du einen Namen geben? ich will dir den Baumsatz liegen ach so alter gönn dir mal die Kirchendächer Junge das was ist das für ein Kirchendächer ey ich hab gar keine Ahnung toll man kommt da gar nicht rein nach oben komplett cursed Welt Digga holy shit einfach cursed Junge ich kann mir hier mal die Kartoffeln und das Weizen holen Kartoffeln Kartoffeln wieder anpflanzen ich würd sagen wir pflanzen nur die Kartoffeln an ja ich mach jeden Weizen wieder das muss ja alles seine Ordnung haben ne ne arme Chicken gewehr gewehr ja jo ich komm jetzt erstmal Holz Junge ich mach mir jetzt ein Schwert kenn ich gar nix gar nix gar nix gar nix loo Leute ich bin mal in meinen eigenen Aufnahmen am Essen das ist ein aber wirklich ich hab Bratkartoffeln wie hast du jetzt Bratkartoffeln so schnell bekommen WTF ne 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 ich meine ich ess grad welche und hier wie das so ich hab Moodle mit Würstchengulasch mir eben gemacht ui mhm ne Mensch man kann nicht kochen Digga hol ich das ne 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 Digga wie scheiße muss das denn sein du achja es gibt ja Leute die sind ja weich hm 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 ja also ich würd sagen wir suchen erstmal hier das Dorf so ein bisschen ab oder ich hab's halt gar keine Ahnung also wirklich gar keine Ahnung was das jetzt hier wieder ist so wollen wir dann hier eine Zucht investieren ich seh da hinten auf jeden Fall auch einen Wound Portal ja ja jo hm 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 g Amanda n denn nicht an? sicher? das war bon weizenblöcke die tiere brauchen doch sowas nicht weizenblöcke weizenblöcke im Dorf rumlaufen schon ein bisschen behindert das müssen sich die tiere denken da laufen hier so zwei leute rum die halt alles einfach abbauen klang einfach alles halt nicht unbedingt los hier irgendwo was schönes zu bauen ja true alter aber ich würd sagen alter da war grad ein black and white Schaff die standen einfach ineinander und sind auf einmal auseinander rausgeploppt ich will nicht wissen was die da gerade gemacht haben naaa inselnkürbisse ich glaub ich geh jetzt erstmal zum rune portal ja ich will die kiste haben jungen du hast die vorherige kiste gefüllt ist mir doch egal das ist gutes eisentolz wahrscheinlich ich habe gefunden verpiss dich ne alter ich kick dich ich gehe ich gehe ich gehe alter gibt's gar nicht auf die schnutz junge wenn du das machst ich habe eisenschwert komm her fight mich auch ein eisenschwert komm jetzt von eisentolz jungen komm her kämpf gegen mich ja ok ach du scheiße ich bin hälfte leben lol ich hab grad gequittet gell ich merke das ich bin einfach ins in hälfte ohne rüstung ist dieser kampf eigentlich nicht so super ne aber ich hab doch rüstung einfach den goldapfel da raus genommen schlick egal der goldblock gehört mir ja ja mach ruhig ähm du bist dumm das ist jetzt goldhose ja ich nenn die ihn jetzt so ok hast du das goldhose? zieh die doch an junge ich hab die doch an ja du hast bei mir nicht meine hose an du trägst bei mir keine rüstung hey also ich hab eisenrüstung an bei mir hast du keine an ha ha lol wie geil ok wild ach besser kannst du nicht laufen weißt du willst du sagen wie baut du dein dirt house? auf jeden fall fahr du dir mal ein dirt house ich farm jetzt hier erstmal holz erstmal ein house beat runnin' digger erstmal ein house beat runnin' digger erstmal ein house beat runnin' digger hu die holz hab ich jetzt auch was zu futtern ey das ist eine kuh ich muss die dörte das ist eine kuh ich hasse diese großen bäume oh ist mir nicht runtergefallen oh ist mir nicht runtergefallen es ist schön dass man kuh kuh one shotten kann mit einem eisenschwert ich hasse diese großen eichenbäume natürlich die sind einfach scheiße es macht einfach keinen spaß die abzupauen es macht einfach keinen spaß die abzupauen ach es macht spaß du beißt du schon wie du struggelst das ist bloß das haus li- das haus liegen genau geht schon los jungen geht schon los jungen oh ist ne jungen eingang hallo sind wir zuhause ha hä bist du da noch sterben nee er hat einfach nur zwei oder ein creeper die üben ihr hallo sagen wollten immer diese grünen suizidmenschen wegen bot diese grünen suizidmenschen also ich hab schon öfen ich weiß nicht was du da gerade machst ja die hast du doch bei der schmiede geholt das weiß sie ja die hab ich geklaut wir sind hier nicht in polen oh hier ist auch direkt ein biedenstock 0 ja die lässt sich nur in ruhe würde ich sagen auf jeden Fall zumindest so lange wie sich silktatschern ja die lässt sich nur in ruhe würde ich sagen ja da werden wir sie zu einer Bienenform umwandeln ich hab feuer kugeln lass mal lö- lass mal einfach direkt irgendwas machen damit ich würd sagen ich arbeite hin dass wir TNT machen können dann würdest du das ganze Dorf hier weg sprengen oder wie das wär klar so voll die Idee oh war schön wieder in den Leder rein zu gehen das wär jetzt ne super Sache ne also das ist kein Villagerhaus zumindest keins was ich kenne also du bist schon wieder beim Dorf mhm ich bin zurück gegangen zum Feuer ich mach mir jetzt hier ich töte jetzt hier grad die ganzen Schweine und mach mir dann Fleisch du Monster du Monster das tötet Menschen das ist ja so Tiere also ich mein wir könnten jetzt schon in den Nether go tschellig wieso ist da wieder da ist einfach wieder ne Kuh mit ihrem Kind drin gespawnt ich hab die grad doch alle getötet hier drin direkt weil ich hab schon ins Nether Portal gezählt aber ich geh noch nicht rein wie jetzt wo hast du das Obsidian her dafür das war doch kaputt ich hab zwei Obsidian gefunden und das hat genau gefehlt ja also ich find so einen tollen Start mit diesem Nether Portal könnte man sich schon vorstellen auf jeden Fall das wäre ein toller Speed transit wenn man jetzt hier noch ein Nether Portal direkt ein End Portal unter den Dingens ist dann auf jeden Fall am besten mit allen Augen schon der hinter dir ja komm mir Alter mach dich fertig Aua ich kann gegen Feuer leider nicht gewinnen gewinn ich auch nicht aber bei mir hast du ne Feuerhose alter geh von meinem Fleisch weg ich hab ne Feuerhose ne Eisenhose ne Eisenhose ne Eisenhose bei mir jetzt hast du bei mir auch ne Goldrüstung ja hab nur ne Goldhose ok guck mal den Zombie da hinten an ich glaub der versucht das aber schafft das glaub ich nicht richtiges Opfer ich hab irgendwie Angst jetzt von der Seite angegriffen zu werden von dem Creeper willst du brennen? ne eigentlich nicht meine arme Rüstung Lade ich die so stark runter? ja das tut mir weiss du hörst dass ich's weiss gemacht habe ja das tut mir weiss das Kupfer aufbauen und mitnehmen für nichts was willst du denn mit Kupfer machen Junge? da kriegst du eh keine Rüstung raus ist das safe doch schon gewachsenes Kupfer oder? keine Ahnung ne ist es nicht aber guck mal das Haus da das ist doch kein normales Villagerhaus oder ist es mittlerweile neu alter weil ihr müsst verstehen Leute Jan und ich spielen hier mit den neuen Snapshots also das heißt mit dem neuen Snapshots aber mit dem neuen Snapshot von der 1.19 aber das da ist doch kein Villagerhaus bam bam das ist aber doch kein Villagerhaus das in der 1.19 reingekommen ist oder bin ich dumm keine Ahnung kein Durchgang kein Durchgang hm oh oh ich hab's gleich fertig gemacht aber da sind Kisten drin ja da sind Kisten drin ja da sind Kisten drin guck mein Kopf rein da ist ja noch fressiger drin ah wieso ist der nicht hochgegangen ich find das besser so alter ah diese Freddy mag ich die ganze Zeit nur so so komisch lacht wollen wir wieder pennen gehen dann würde ich sagen wir können den netter gell Aua du bist so dumm du bist so dumm du weißt erdlöcher macht man ihm mal zu Junge du weißt mal ein zombie villager moin noch ein zombie villager okay ich glaub ich weiß dass sie dort wohl raus aus dem Bett lass mich schlafen villager wieso gehst du raus bist du dumm lass mich auch schlafen danke wollen wir in den netter nein meine Nudel ist aufm Boden gefallen F für die Nudel Au guck mal hier ist ne Höhle das sieht mir nicht nur in der Höhle aus ich keine Ahnung ich geh jetzt auf jeden Fall rein da ist ne Katz ich geh jetzt ein Loch rein, Digga was ist das? ja mehr als regelhaft ist das nicht von diesem neuen ist ein Zombie what the fuck das hat sich ausgebreitet guck mal wenn ich jetzt hier die Kuh töte ich glaub das würdest du nicht machen kannst du das abbauen? nö kann ich nicht ok was ist das? what the fuck überhin kann man das wenigstens abbauen ich töte hier so ein 4 auf einmal kommen irgendwas was ist das? ok chillige Musik ja meine Sachen Minecraft Zones Alter hier ist wirklich ne Höhle drinnen Junge guck mal warte kurz bitte bitte das waren definitiv mit Absicht gelegte Voice Craigs Alter was ist denn das hier unten Junge holy shit wird die Creeper sehen nicht so sympathisch aus perfekt er hat seinen Freund gesötet zweiter runter ich geh mir die Kohle ich nehm mir die Kohle hier oben mit einfach mein texture pack hat mich geladen Junge ohne Witz was soll der kack jetzt warten bis die Lava weg ist dann kann ich weiter nach unten ich mach sie dir weg warte ne 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 es geht schon alleine schon alles weg äh ich hab'n Spawner gefunden hast du überhaupt fucking nö ich bau den einfach Ops mir egal nein 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 aber ich kann fucking craften warte bitte nicht abbauen wir brauchen den dann was ist das eigentlich für ein Spawner ich bin ne ui damit bräuchten wir keine Schafe mehr name tag Pferderüstung Pferderüstung Knochen hier ist ziemlich viel Gunpowder und noch Diamant und Gold Pferderüstung Melonsamen und Knochen also das ist jetzt keine geile Ausbeute gewesen aber Melonen alter ich weiß wir haben Kartoffeln aber war halt Melonen ja mal eventuell ist so zugemüllt Junge ich bin noch weiter unten als eigentlich vorwärter runter zu gehen der Solle weißt du was das gute an dem an Minecraft ist? du wirst nicht hinter mir her gezogen wenn du zu weit weg bist krass krass komm mit dem scheiß game nochmal kannst du mal mit Absicht ein paar Voice Tracks machen? ok auch so wunderschön diese Stille ok ist es für einen geistig zurückgeblieben oh im Bogen let's go geil wo bist denn du? schon weiter unten ich merke es ich bin hier irgendwo am Arsch der Welt in Bielefeld ich sehe deinen Namen zum Beispiel gar nicht mehr ich auch deinen nicht ist ja klar der Spawner war btw unter der Oberfläche ne? also ich hab damit kein Problem du? nö muss man das Eisen hier mitnehmen boah es wird so geil ne? mit Glück drei Eisen abzubauen das wird so super das schmeckt immer richtig gut vor allem Diamanten mit Glück drei wie immer das schmeckt richtig gut ja wo bin ich denn hier? im Ofen ja ich bin hier auf jeden Fall unter ich bin hier auf jeden Fall schon unter 0 ich bin bei minus 5 alter ich bin bei minus 26 erste Koordinate wir sind in eine andere Richtung gegangen erste 195 ja ich bin bei 205 und die dritte Koordinator 196 197 201 201 ist ja komm der da im Arsch der Welt ja ich bin eigentlich nur in den Schirm weiter runter gegangen wo wir wo es eigentlich nicht mehr ist ich hab Dios noch Diamonds ja aber keine Iron Pig Gags richtig doch doch ich hab grad eben gesmolzen ooooch Creeper warum sind die immer und überall die wollen dich halt einfach haben die sind einfach sexy Junge sag mal deine Kurven aber hoffentlich macht deinen Kurven keine Skeletz für uns boah ich hab ich hab so ne äh Dripstone Cave gefunden den Tripstone hu uh sie ist zwar nicht groß aber immerhin Mich hat fast ein Keeper erwischt, okay? Mich haben schon mehrere erwischt, ich schläft trotzdem noch. Ja, der war wirklich aber gefühlt neben meiner Fresse. Oh Gott, und du hast auch eine Eisrüstung, ich nicht. Du hast Goldrüstung, mit deinen Schafen sogar. Das ist nicht besser, wir sind nur Unbreaking 3. Diese Hose wird nicht kaputt gehen, doch irgendwann schon, aber nicht so schnell wie ich es gedacht hab. So, du mal Huch und so und verpisst dich, Zombie. Oh, verpisst euch doch! Irgendwie hast du so ein Problem mit Mobs, weil ich bin bisher nur diesen einen Creeper begegnet, sonst gar nicht. Ja und bei mir kommt alles, die ganze Zeit. Ist ja Hostnachteil. Ja, Host ist einfach nur dumm. Ich sollte vielleicht mal was essen, Junge, ich hab nur 3 Herzen. Ich weiß nicht, was du für Herzenes Problem hast. Das ist gar nicht gut. Das ist so. Das erste, was ich mir mache, ist ein Schild. Wild. Aber ja Leute, ich würd sagen, das war's erstmal für das Video, erstmal für die erste Folge. Wenn ihr euch gefallen hat, gerne liken, abonniere, aktiviert, klickt oder kommentiert, wenn ihr Nachrichten zu verpassen und ciao! Leute! Ciao!